Die Anlage KAP 2022 richtig ausfüllen. Wer seine Zinsen, Gewinne, Dividenden und anderen Kapitalerträge in der Steuererklärung 2022 eintragen möchte, der benötigt dafür die Anlage KAP in Elster. Wie man diese ausfüllen kann und was es zu beachten gibt, erfährst du in dieser Anleitung zur Anlage KAP. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute zeige ich dir die Anlage KAP 2022 und wie du diese in der Steuererklärung ausfüllen kannst. Wenn du noch mehr zum Thema Steuererklärung im Allgemeinen erfahren willst, dann schaue dir auch gern unser Video mit einer aktuellen Einführung für das Steuerjahr 2022 an. Und noch besser, sichere dir gleich mein neues Buch, in dem du kurz und kompakt meine 100 Lieblingssteuertipps erklärt bekommst und ich auch direkt zeige, wo und wie diese in der Steuererklärung angewandt werden können und mit denen du dann im Idealfall mehr Steuererstattung für dich rausholst. Den Link zum Video, aber auch zum Buch, findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Doch wie verhält es sich mit der Versteuerung und Angabe von Kapitalerträgen, wie beispielsweise Zinsen auf einem Konto oder in einem Bausparvertrag, Dividenden und Gewinnausschüttung von Aktien und Unternehmensbeteiligung oder auch Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren überhaupt in der Steuererklärung? Grundsätzlich fällt auf diese nämlich die Abgeltungssteuer, genauer gesagt die Kapitalertragssteuer an. Diese beträgt 25% pauschal plus Solidaritätszuschlag und eventueller Kirchensteuer und wird meist auch vom Anbieter, also der Bank, dem Depotanbieter oder ähnlichem direkt abgeführt. Eigentlich war es das dann auch schon für viele, denn mit dieser Abgeltungssteuer ist die Verpflichtung zur Versteuerung solcher Kapitalerträge eben abgegolten. Doch es gibt Fälle, wo die Eintragung in der Steuererklärung wichtig ist und sich auch lohnen kann. Und dazu gehen wir jetzt zu Elster Online und rufen uns zunächst die Anlage KAP auf. Was auf den ersten Blick verwirrend wirken kann, ist die Tatsache, dass hier gleich drei verschiedene Anlagen KAP sind. Einmal ohne Zusatz und zweimal mit. Grundlage bildet dabei immer die Anlage KAP ohne Zusatz und die beiden anderen sind für zusätzliche Angaben für gewisse Sonderfälle, also BET für Beteiligung und INV für Kapitalerträge aus Investments, von denen noch keine Kapitalertragssteuer abgeführt wurde. Wir nehmen an der Stelle aber mal nur die Anlage KAP, indem wir hier den Haken setzen und unten bestätigen. Nun findest du die Formulare dazu hier links in der Übersicht. Und wir können direkt auch oben starten mit der günstiger Prüfung und die hat es in sich für den einen oder anderen. Denn wie erwähnt, fallen ja sonst pauschal 25% plus Soli und teilweise auch Kirchensteuer an, was zusammen durchaus mal 28,375% ausmacht. Doch das ist nicht in Stein gemeißelt, denn wenn dein persönlicher Einkommenssteuersatz darunter liegt, weil du in einem Jahr nicht so viel verdient hast oder nicht voll durchgearbeitet hast, dann kannst du mit diesem Haken das Finanzamt dazu verpflichten, für dich zu prüfen, was eben günstiger ist, also die Anwendung der Kapitalertragssteuer oder dein persönlicher Einkommenssteuersatz. Kostet nichts extra, würde ich persönlich also bedenkenlos ankreuzen. Der zweite Bereich ist für all diejenigen, die eigentlich kirchensteuerpflichtig sind, aber das vielleicht bei ihrem Anbieter, bei ihrem Broker, bei ihrer Bank nicht hinterlegt haben und deswegen die Bank oder der Anbieter eben keine Kirchensteuer auf die Kapitalerträge abgeführt hat. Ich habe es ja bereits erwähnt, die kann anfallen, wenn man eben kirchensteuerpflichtig ist. Wenn man das dem Finanzamt nachträglich mitteilen möchte, ja, es gibt Kapitalerträge, dann hier den Haken setzen und auf nächste Seite. Wir gehen jetzt aber in den Teilbereich Nummer 3 und dort ist es besonders hilfreich, wenn du dir deine Steuerbescheinigung raussuchst. Denn hier geht es um Kapitalerträge, die dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben, also wo ordnungsgemäß Kapitalertragsteuer abgeführt wurde bereits und von inländischen Anbietern musst du immer eine Steuerbescheinigung dazu bekommen. Die nimmst du dir zur Hand und dann kannst du das Ganze relativ leicht ausfüllen an der Stelle. Ganz oben ist immer das Feld für die Eintragung, wie viele Kapitalerträge sind überhaupt angefallen an der Stelle oder möchtest du vielleicht einen korrigierten Betrag laut Erläuterung machen. Die Erläuterung könntest du dann hier hinten reinschreiben. Der Regelfall ist aber zum Beispiel, du hast 2.000 Euro Kapitalerträge bei einem Broker erzielt. Der hat dir das auch reingeschrieben in der Bescheinigung und dann trägst du hier die 2.000 Euro ein. Dann möchte Elster beziehungsweise das Formular danach wissen, okay, gibt es denn in diesen Kapitalerträgen, also von diesen Kapitalerträgen, welche Art gab es denn da? Waren das zum Beispiel enthaltene Gewinne aus Aktienveräußerung? Wenn du Aktien verkauft hast und das waren vielleicht deine 2.000 Euro, dann trägst du das dementsprechend hier ein und Elster prüft das dann und sieht, ah okay, 2.000 wurden erzielt und das waren 2.000 aus Aktienveräußerung. Die Kapitalerträge könnten natürlich noch aus anderen Bereichen stammen, also zum Beispiel Einkünfte aus Stillhalterprämien und Gewinne aus Termingeschäften, also Zertifikate, Futures, Optionsgeschäfte, dann dementsprechend auch hier eintragen. Der Bereich ist relativ einfach, weil man ja vom inländischen Anbieter auch seine Bescheinigung hat und dann kann man das ganz normal hier eintragen. Ein Punkt, der natürlich entscheidend sein kann, wenn du mehrere Broker hast, wo vielleicht bei einem Broker Verluste angefallen sind, die nicht ausgeglichen wurden, dann kannst du diese beiden Zeilen hier benutzen. Einmal Verluste, die nicht ausgeglichen wurden, die nicht aus der Veräußerung von Aktien stammen oder aus der Veräußerung von Aktien. Dann kannst du das hier dementsprechend eintragen. Vielleicht gab es ja bei dir Verluste und dann kannst du diese Zeile nutzen, um diesen Verlust hier einzutragen. Wichtig, Verluste von Aktien können immer nur mit Gewinn von Aktien verrechnet werden und Verluste eben aus der Veräußerung von anderen Dingen, also anderen Wertpapieren, nur mit Gewinnen von anderen Wertpapieren, das nun mal als Hintergrundwissen. Die Zeile 14 ist noch für Verluste aus Termingeschäften, auch das könnte ja sein. Vielleicht ist ja auch irgendeine Option ausgelaufen oder was auch immer. Dann kommt das dementsprechend hier rein. Hast du ansonsten eine Kapitalforderung zum Beispiel gehabt, die eben nicht mehr eingebracht werden konnte, weil da ist jetzt ein Insolvenzverfahren. Das ist auch durch, also nicht eröffnet, sondern durch. Dann kannst du dementsprechend die Verluste hier, du kriegst diese Forderung ja nie wieder rein, auch steuerlich geltend machen und hier eintragen bzw. korrigieren und dann den Grund. Das war es schon an der Stelle. Beim Sparerpauschbetrag Nummer 4, wie erwähnt, hat jeder in Deutschland einen Anspruch auf den Sparerpauschbetrag. Der betrug bis zu diesem Jahr 801 Euro pro Person, bei verheirateten Personen mit einer Steuererklärung zusammen, also auch dem Doppelten, 1602 Euro. Der wurde jetzt erhöht, aber erst, Achtung, ab dem Steuerjahr 2023. Also wenn du die Steuererklärung 2022 machst, dann waren das noch 801 Euro. Und hier trägst du einfach ein, ob du diesen auch in Anspruch genommen hast. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, denn wenn du zum Beispiel einen neuen Broker hattest und dort gar keinen Freistellungsauftrag hinterlegt hast, das ist ja diese Geltenmachung des Sparerpauschbetrags vorab, sodass der Anbieter weiß, okay, hier gibt es noch einen Sparerpauschbetrag, ich muss auf einen gewissen Betrag gar keine Abgeltungssteuer oder Kapitalertragsteuer abführen. Dann kann es sein, dass wenn du einen neuen Anbieter hattest oder den gar nicht hinterlegt hast, eben Steuern bezahlt wurden, obwohl du eigentlich noch unter diesen 801 Euro gelegen hast. Und deswegen ist der Sparerpauschbetrag so wichtig. Und das ist einer der Fälle, wo dann die Anlage Kapp auch Sinn macht in der Steuererklärung, damit du eben gezahlte Steuern wiederbekommst. Wir kommen gleich dazu, wo du die dann eintragen kannst aus deinen Bescheinigungen oder aus anderen Bereichen, wenn du Kapitalerträge bezahlt hast, obwohl du eigentlich noch deinen Sparerpauschbetrag hättest nutzen können. Der Teilbereich Nummer 5 ist dann für Kapitalerträge, die noch nicht dem inländischen Steuerabzug unterlegen haben. Was kann das sein? Das ist zum Beispiel, sind das P2P-Kredite, aber eben im Inland, also zum Beispiel AUX Money. Viele andere sitzen ja im Ausland, EU-Ausland, oder auch wenn du Broker zum Beispiel hast, die im EU-Ausland sitzen oder auch irgendwo anders, die haben ja keine Abgeltungssteuer in der Regel abgeführt. Und dann müssen dementsprechend entweder die inländischen Kapitalerträge, also zum Beispiel AUX Money als P2B-Plattform oder zum Beispiel Bondora oder was es da gibt als ausländische Kapitalerträge, hier eingetragen werden. Auch da unterteilt sich es genauso wie vorher, dass Elster noch wissen möchte, okay, von diesen Erträgen, die hier oben eingetragen wurden, was war davon denn Gewinne aus Aktienveräußerung, was waren Einkünfte aus Stillhalterprämien oder Termingeschäfte und gab es eventuell auch Verluste aus diesen drei bisher genannten Bereichen oder musste eben etwas ausgebucht werden. Gerade bei den P2P-Krediten kann es natürlich sein, dass so ein Kredit verfällt. Der Kreditnehmer kann nicht mehr bezahlen und dann kannst du das auch steuerlich geltend machen für dich als Verlust und dementsprechend auch verrechnen mit den anderen Bereichen. Hier unten, die Zeile 26, ist ein Punkt, wenn du eine Steuererstattung bekommen hast und bei dieser Steuererstattung hat das Finanzamt dir Zinsen gutgeschrieben. Das gibt es ja ab einem gewissen Monat, würde jetzt hier zu weit finden an der Stelle. Aber wenn du vom Finanzamt Zinsen erhalten hast, dann musst du das dementsprechend auch hier eingeben. Also wenn du im Jahr 2022 einen Steuerbescheid hattest und dort ist Geld geflossen mit Zinsen für dich, dann müssten diese Zinsen dementsprechend hier eingetragen werden. Den Teilbereich 6 gucken wir uns nur ganz kurz an. Kapitalerträge, die der tariflichen Einkommenssteuer unterliegen sollen, also ein Sonderfall. Hinzurechnungsbetrag, das gilt für Betriebsstätten im Ausland, müssen wir denke ich an der Stelle jetzt nicht darauf eingehen. Es könnte natürlich sein, dass es sonstige Kapitalforderungen gibt. Stille Gesellschaft oder Darlehen, die man selber gegeben hat, das könnte natürlich sein. Dann auch ein Gewinn, wenn man seine Stille Gesellschaft oder seinen Anteil zum Beispiel verkauft hat oder eine Kapitalforderung, dann muss das dementsprechend hier eingetragen werden. Und wer eine Lebensversicherung hat, die nach 2004 abgeschlossen ist und nach dem 60. Lebensjahr ausgezahlt wurde, da gibt es so gewisse Voraussetzungen, der muss die Kapitalerträge aus dieser Lebensversicherung oder aus den Lebensversicherungen, die ausgezahlt wurden, das ist der wichtige Passus an der Stelle, dann dementsprechend hier eintragen. Auch da gibt es in der Regel aber ja eine Bescheinigung vom Anbieter. Den Rest sparen wir uns an der Stelle mal. Das sind Sonderfälle, da sollte man auch eher einen Steuerberater hinzuziehen. Gleiches gilt für den Bereich Nummer 7, die ermäßigte Besteuerung nach einem gewissen Paragrafen. Das würde ich mir auch sparen an der Stelle. Der Bereich 7 ist ebenfalls ein Sonderfall, auf den ich hier nicht näher eingehen möchte. Mit einer ermäßigten Besteuerung würde ich höchstwahrscheinlich nicht betreffen, aber der Teilbereich Nummer 8. Denn hier werden jetzt die gezahlten Steuern, also das, was bereits abgeführt wurde, eingetragen. Denn die möchtest du ja eventuell oder höchstwahrscheinlich auch gegenrechnen. Also wenn jetzt Kapitalertragsteuer von deinem Anbieter abgeführt wurde, dann kannst du diese hier eintragen. Dann waren das vielleicht 300 Euro und dann trägst du diese einfach hier ein. Genauso den Solidaritätszuschlag, der fällt ja auf Kapitalertragsteuer an. Und eine eventuelle Kirchensteuer beispielsweise. Wenn du jetzt bei einem ausländischen Anbieter bist und dir dort Steuern schon angerechnet wurden, das mag ja sein, dann könntest du das hier eintragen. Wenn es anrechenbare gäbe, die noch nicht angerechnet wurden, dann kommen diese hier rein. Also diese Unterscheidung ist bei 40 und 41 wichtig. Genauso mit der fiktiven ausländischen Quellensteuer. Ja, da würde ich auch immer auf den Anbieter zugehen. Wobei, man kann sich nicht darauf verlassen. Die erstellen auch manchmal Berichte, die etwas merkwürdig sind. Da rate ich dazu, wirklich nachzufragen und auch nochmal zu recherchieren, dass das auch wirklich passt bei dir an der Stelle. Das waren, wie erwähnt, die Steuerabzugsbeträge für Erträge aus den Zeilen 7 bis 25. Also den vorherigen Bereichen. Du musst dir dann einfach merken, in welcher Zeile habe ich dann Eintragung gemacht. Und gehört das hier rein? Oder waren das Erträge in den Zeilen 28 bis 34 und anderen Einkaufsarten? Und dann würde hier dementsprechend die Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer eingetragen werden können. Das war es in den meisten Fällen dann auch schon mit der Anlage KAP. Wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen weiter runter. Eine Beschränkung wird nur der absolute Ausnahmsfall sein. Beteiligung an ausländischen Gesellschaften, Kürzungsbetrag. Ja, da rate ich dazu. Also nutz nicht dieses oder andere Videos dazu. Da musst du eigentlich wirklich mit einem Steuerberater, der gut ist, sprechen. Der sich damit auch auskennt. Nicht jeder Steuerberater kann das in diesen Bereichen. Genauso auch Familienstiftungen, Stundungsmodelle und was es da alles gibt. Das sollte man immer durch eine kompetente, steuerberatende Person mit erledigen lassen bei der Steuererklärung. So, du hast es geschafft und die gängigsten Felder in der Anlage KAP 2022 ausgefüllt. Wir haben uns dabei im Hinblick auf die Verständlichkeit auf die wichtigsten Felder konzentriert. Und es gibt darüber hinaus natürlich einige Sonderfälle. Siehe, die ergänzen auch gern die anderen Videos zur Steuererklärung 2022 auf unserem Kanal an. Und die Playlist dazu ist unten verlinkt. Damit du außerdem in Zukunft keines unserer Videos aus den Bereichen Steuern, Finanzen und Geldanlage mehr verpasst, abonniere doch am besten gleich unseren Kanal und lasse dem Video auch gern einen Daumen nach oben da. Und wenn du die Steuererklärung in Zukunft noch besser nutzen möchtest für dich, dann sichere dir wie erwähnt jetzt mein Buch über den Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Video, dein Finanznerd Simon.